Ubert, die haben ja nicht einmal ein Magnermandl. Ich kann ja gar nicht sein, das ist ein Trankständer, ein Magnermandl. Magnermandl ist ja für mich ein Klassiker. Ja, der Breuer ist ein Klassiker, verstehe ich? Der Scheu ist da da durchfasst! Das ist eine Eistheke und kein Wühltisch. Das schmilzt mir doch alle da weg, das kann ich doch alle in eine Tonne kloppen. Lerena, du, mit dem Gequatsche. Nucke Nuss.